Hallo, in diesem Video möchte ich Ihnen eine weitere Möglichkeit aufzeigen, wie Sie sehr einfach auf Xkill zugreifen können. In einem anderen Video auf SemperVideo.de hatten wir unter anderem gezeigt, wie Sie mit Xkill die Prozesse unter Ubuntu 9.10 beenden können, die sich mit normalen Mitteln halt nicht mehr beenden lassen. Voraussetzung ist immer noch, dass der entsprechende Prozess über eine Benutzeroberfläche verfügt. Angeregt wurde diese Möglichkeit durch einen Zuschauer auf YouTube, der uns dies über die Kommentare zukommen ließ. Wir gehen einfach über unser Panel, rechte Maustaste, dann im Kontextmenü zum Panel hinzufügen anwählen. Dann bekommen wir hier jede Menge Möglichkeiten. Unter anderem haben wir hier den Punkt Beenden erzwingen. Klicken wir auf hinzufügen, haben wir jetzt hier ein neues Icon in unserem Panel. Wir klicken auf schließen und nun, wann immer wir auf Xkill zugreifen wollen, brauchen wir das jetzt nicht mehr in dieser Alternative über den Shortcut auf dem Desktop erledigen, sondern wir klicken einfach hier einmal drauf. Und dann steht jetzt hier, klicken Sie auf das Fenster, um das Beenden der jeweiligen Anwendung zu erzwingen. Ich schieße jetzt hier einfach mal den Firefox ab, klick da also drauf. Sind Sie sicher, dass Sie das erzwingen wollen? Beenden, erzwingen und das war's schon. Okay.